Musik Vom reinen Nutzraum zur Wohlfühloase, das Bad wird beim Neubau oder der Sanierung des Eigenheims heute immer mehr berücksichtigt. Kein Wunder bietet der Fachhandel doch zahlreiche Möglichkeiten zur Badgestaltung. Vorbei die Zeiten von engen Duschkabinen oder eingelassenen Badewannen. Der Trend geht eindeutig zu mehr Freiraum und zu Barrierefreiheit. Es ist nahezu bei jedem Badezimmer möglich, es barrierefrei umzubauen. Bei einem Vortermin, am besten durch den Fachhandwerker, ist zu klären, wie sind die Zugänge, wie sind die Abflüsse, wie kann das Bad barrierefrei gestaltet werden. Gefragt sind bei vielen vor allem bodengleiche Duschen. Sie vermitteln ein Gefühl von Großzügigkeit, passen zu jedem Badtrend und werden staatlich gefördert. Die Sanierungsmaßnahmen zur barrierefreien Gestaltung von Bädern werden mit bis zu 5000 Euro bezuschusst. Wer keinen Kredit benötigt, kann bei der KfW-Bank einen Zuschuss beantragen. Finanziert werden bis zu 10 Prozent der förderfähigen Investitionskosten. Dazu muss man wissen, was barrierefrei genau bedeutet. Bei der Planung barrierefreie Bäder ist es wichtig, dass zum einen die Zugänge, die Bewegungsflächen vor den einzelnen Sanitärgegenständen, wie Toilette, Dusche, Waschtisch eingehalten werden, dass Duschflächen bodengleiche ausgeführt werden, dass Sitzmöglichkeiten, Haltegriffe und andere Hilfsmittel entsprechend berücksichtigt werden. Gefördert werden die Maßnahmen nur bei Umbau, nicht im Neubau. Neben dem reinen Trend zur Barrierefreiheit ist es für viele eine Notwendigkeit. Altersbedingt, pflegebedürftig oder körperlich eingeschränkt sind zwingende Gründe, das Bad entsprechend umzubauen. Wichtig ist die Gestaltung des Duschplatzes. Der Duschplatz muss bodengleiche ausgeführt werden, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten. Entsprechende Griff- und Haltemöglichkeiten sind zu berücksichtigen. In der Dusche ist ein Sitz sinnvoll oder zumindest die Möglichkeit, einen Hocker zu platzieren. Im Bereich Toilette sollten entsprechende Bewegungsflächen vorhanden sein. Vor dem Waschtisch sollte man sitzen können. Der Spiegel sollte gut erreichbar sein und entsprechende Bewegungsflächen sind einzuhalten. Wenn möglich, sollten diese erweiterbaren Hilfen bereits im Vorfeld berücksichtigt werden. Die Reduzierung von Barrieren in Haus oder Wohnung sorgt dafür, dass jeder möglichst lange in seiner gewohnten Umgebung leben kann.